Mitte Mai 2021 wird das Leben von Sarafine und Peter Wollny komplett auf den Kopf gestellt. Nach einem dramatischen Notkaiserschnitt müssen die frisch geborenen Zwillinge noch eine geraume Weile im Krankenhaus bleiben, bevor sie nach wochenlangen Bangen entlassen werden können. Eine Zeit, die die frisch gebackenen Eltern niemals vergessen werden und vermutlich sich auch so schnell nicht wieder wünschen. Doch nach all den Strapazen geht es der kleinen Familie prächtig und sie genießen die neue Zeit zu viert. Auch das erste Weihnachtsfest durften die Jungen namens Emery und Casey bereits miterleben. Anlässlich des 29. Geburtstages von Papa Peter widmet die Zweifachmama Sarafine ihrem Liebsten mehrere Instagram-Postings, sowie eine Liebeserklärung und teilt ungesehene Aufnahmen aus der Zeit der Schwangerschaft. Ich habe sexy Strumpfe angekommen. Boah, so richtig Baby-Drama. Die hat Peter mir angezogen, das war ein Kampf. Schützend hält der werdende Papa seine Hand auf Sarafinas Bauch und redet ihr gut zu. Das letzte Mal, dass wir meine Babykugel gemeinsam gehalten haben, schreibt Sarafina zu den Aufnahmen. Wenige Stunden später halten die stolzen Eltern ihren Sprössling in den Arm und könnten glücklicher nicht sein. Welch besonderen Erinnerungen an Peters ersten Geburtstag als Papa. Und Sie werden mit der Z catering am Str�� gezogen. Dann auf den Arm und gesprтом Flüssigs sein wird das so measuring die Floß zum Flüssig und sogisches Gilern zur SDP. Vielen Dank.